Was spielen wir? Ja, wir sind ja in Wien, da muss man schon etwas von Niveau bringen. Etwas Gehobenes. Gehobenes, ja. Mozart, Beethoven. Beethoven? Beethoven, kennst du doch. Ja, natürlich, aber kann ich das? Ja, natürlich. Und was spielen wir von Beethoven? Beethoven, ich würde sagen, Minuet von Beethoven. Ja, wie geht's? Bitte? Wie geht's? Danke, sehr gut. Nein, 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 also das Minuet natürlich. Ja, wie geht es, wie es immer gegangen ist. Wir werden sehen, wie es geht. Entschuldige, welche Tonart? Tonart? Ja, das wäre gut zu wissen, weißt du, damit wir... G-Dur, so viele... G-Dur? G-Dur. Wie viele Kreuze sind hier in G-Dur? Kreuze? Ja. So, Vorzeichen? Ja, ja, weißt du das? Wir spielen es ohne Vorzeichen. Oder Mozart. Viel leichter so. Ja. Stimmen, ja. Ja, bitte, stimme. Ja, bitte, stimme. Ja, das ist genug. Minuet von Beethoven. 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 Hoffentlich. Hier, hier. Applaus 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 Applaus